Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Ich will euch diesmal gar nicht so lange auf die Folter spannen, weil ich hatte in den letzten Wochen hier ein sehr cooles Testgerät und da hat mir der Test auch richtig viel Spaß gemacht und endlich darf ich euch meine Meinung dazu erzählen. Das mache ich auch direkt nach dem Intro, denn dann geht es um das Black Shark 5 Pro, das niegelnagelneue Gaming Smartphone aus dem Hause Xiaomi. Nutzt gerne die nächsten paar Sekunden für ein kostenloses Abo, denn dann sehen wir uns auf jeden Fall öfters. Ich habe netterweise schon über zwei Wochen lang das Black Shark 5 Pro testen können. Seht ihr eigentlich das RGB-Light hier hinten auf der Rückseite? Das schauen wir uns natürlich auch gleich nochmal im Detail an. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich die Links zu den ganzen Shops, wo ihr das Gerät kaufen könnt, denn das Black Shark 5 Pro wurde schon vor ein paar Tagen vorgestellt und zwar am 9. Juni. Am 15. und 16. Juni könnt ihr bei AliExpress sogar auch noch 100 Euro sparen, wenn ich das richtig verstanden habe. Unten in der Videobeschreibung packe ich euch alles rein, auch den Rabattcode und so weiter und so fort. Und ihr kriegt auch noch die Joy Buds gratis dazu, wenn ihr einer von den ersten 100 Leuten seid, die das Gerät hier bestellt haben. Jetzt schauen wir aber mal rein, was ihr überhaupt bekommt, wenn ihr euch das Black Shark 5 Pro kauft. In der an sich von der Optik her sehr coolen Verpackung befindet sich eine SIM-Kartennadel, eine Kurzanleitung. Sogar an Black Shark Aufkleber wurde gedacht. Außerdem liegt nicht nur eine einfache, durchsichtige Silikonhülle bei, sondern eine schwarze, bedruckte Hülle, die eigentlich auch irgendwie ganz cool aussieht. Der Vorteil davon ist, dass die auch nicht so schnell vergilbt wie die klassischen Silikonhüllen. Aber das ist natürlich immer noch nicht alles. Im Karton befindet sich auch noch ein USB-A auf USB-C Kabel sowie ein starkes 120 Watt Netzteil. Apropos 120 Watt, den Fokus hat Black Shark hier bei diesem Gerät auf jeden Fall auf das Thema Geschwindigkeit gelegt. So eben auch beim Laden. Schnelles Laden, 120 Watt. Der Akku ist 4600 mAh groß. Ihr könnt ja leider Gottes aber nur kabelgebunden laden, nicht kabellos. 120 Watt, 4600 mAh. Nach Adam Riese sind das dann ca. 15 Minuten und dann ist der Akku auch schon wieder voll. Sofern ihr auch den super Schnelllademodus in Einstellung aktiviert. Der war bei mir aber ab Werk aktiviert. Beim PCMark Battery Test kam das Gerät auf 10 Stunden und 16 Minuten. Aber ich hatte dann auch alles hier aufs Maximum gedreht. Also die Bildwiederholrate sogar auf die 144 Hz. Kriegt ihr das auch schon mal direkt mit. Das Display kann hier 144 Hz Bildwiederholrate. Und die Helligkeit habe ich manuell auf 50% gesetzt. So wie immer hier in meinem Test. 10 Stunden und 16 Minuten. Ihr könnt euch das wahrscheinlich schon denken. Nutzt ihr das Gerät stark. Vor allem am Anfang werdet ihr es öfter nutzen. So ist es ja immer mit neuen Geräten. Und zockt ihr dann auch. Was ja auch bei so einem Gaming Smartphone irgendwie Sinn machen würde. Und vor allem bei diesem Gerät. Warum und wieso. Erfahrt ihr ja auch noch im Laufe des Videos. Dann kommt ihr natürlich nicht über einen Tag. Aber zum Glück können wir das Ganze ja ganz schnell laden. Wir haben Glas hinten. Glas vorne. Ich habe hier wie ihr schon sehen könnt die schwarze Variante. Die je nach Lichteinfall hinten auf der Rückseite. So einen schönen Schimmer als Streifen darstellt. Erst dann sieht man auch diese vielen kleinen Quadrate. Ich hoffe ihr könnt das hier über die Kamera überhaupt genauso cool gerade sehen wie ich hier. Allgemein ist die Optik gelungen und typisch Gaming Designs. Die Rückseite ist zu den Seiten hin abgerundet. Damit das 5 Pro angenehm in der Hand liegt. Der Kamera Bump ist hingegen eckig wie ihr seht. Und was ja niemals bei solchen Smartphones fehlen darf. Ist der am Anfang schon angesprochene. Oder das am Anfang angesprochene RGB Light. Auf der Rückseite hier oben rechts. Hier beim Black Shark 5 Pro wurde es aber eher so ein bisschen dezent gehalten. Nicht so wie bei vielen anderen Gaming Smartphones aus der Vergangenheit die ich so kannte. In den Einstellungen könnt ihr auch die Farben wechseln und entscheiden wann das Licht angehen soll. Das Black Shark 5 Pro ist nicht einfach nur ein Gaming Smartphone. Sondern eben auch ein Gaming Smartphone. Kann ich so betiteln. Ich glaube ihr wisst was ich meine. Wenn nicht ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es ist an sich ein komplett normales Smartphone. Aber es ist eben auch ein geiles Gaming Smartphone. Und ich finde das verbindet aus beiden Welten das perfekt. Also ich glaube der Gamer findet das Smartphone geil. Und der Nicht-Gamer mag das Smartphone glaube ich aus vielen anderen Gründen dann auch. Die ihr glaube ich im Laufe des Videos auch noch ein bisschen besser verstehen werdet. Das 5 Pro ist 9,5 Millimeter dick und wiegt 220 Gramm. Der Rahmen ist aus Metall und hat mehr zu bieten als üblich. Unten haben wir den SIM-Kartenschacht für zwei Nano-SIM-Karten. Und außerdem befindet sich unten und oben ein vollwertiger Lautsprecher. Richtige Position jeweils. Nicht unten, sondern eher oben. Je nachdem wie man das Smartphone dreht. Aber so wie ich es drehe ist es perfekt. Und die klingen auch noch richtig gut. Echte Stereo-Lautsprecher. Ich finde mitunter das Beste, was man aktuell so an Lautsprechern bei Smartphones bekommt. Echte Stereo-Lautsprecher sind schon mal nochmal eine Schippe oben drauf. Als, naja, Mono-Lautsprecher sowieso oder Dual-Lautsprecher. Rechts sehen wir den Power-Button und die Lautstärkewippe befindet sich hingegen links. Der Power-Button ist zeitgleich übrigens ein Fingerabdruckscanner. Der ist auch schön schnell und schön genau. Da beschwere ich mich gar nicht. Gehört für mich auch mit zu den besten Fingerabdruckscannern in einem Power-Button. Aber wie ja meine Abonnenten wissen, bin ich ja eher Fan von Fingerabdruckscanner unterm Display. Hätte ich mir hier auch gewünscht. Aber was sehen wir denn hier neben dem Power-Button? Insgesamt zwei magnetische Schultertasten, die wir einfahren und ausfahren können. Wir können die Schultertasten im System dafür nutzen, um beispielsweise ein Screenshot auszulösen oder eine Bildschirmaufnahme und so weiter. Das kann man individuell dort im System anpassen. Außerdem kann auch der Switch, daran hat Black Shark auch gedacht, wie ich fand das irgendwie, ich hätte daran niemals gedacht. Aber man kann auch den jeweils für solche Aktionen nutzen. Ich habe mir zum Beispiel die Taschenlampe auf den obersten Switch gelegt. Trigger auf, Trigger zu und schon geht die Taschenlampe an. Beim Ausfahren der Schultertasten kann auch der Ton individuell angepasst werden. Aber, dass der Sound eigentlich ganz nett klingt oder dass wir da Screenshots auslösen können, dass wir eine Taschenlampe anmachen können, das ist ja noch gar nicht der interessante Nutzen davon. Sondern vielmehr sind diese Schultertasten wirklich extrem viel Gold wert, sagt man das so, beim Zocken. Ich bin ja jahrelang nicht so der Mobile-Gaming-Fan gewesen und ich weiß jetzt auch warum, weil ich keine Schultertasten hatte. In den letzten Tests hatte ich euch das ja auch schon des Öfteren gesagt, mit Schultertasten macht das Zocken einfach viel, viel mehr Spaß. Ihr bedeckt nicht so viel auf dem Display und außerdem ist man viel besser im Game als ohne Schultertasten. Ihr könnt bei jedem Spiel selbst anpassen, welcher Trigger was auslösen soll. Ein wirklich großer Mehrwert und wenn ihr nicht zockt und ein normales Smartphone von außen wieder haben wollt, dann fahrt ihr die Trigger einfach wieder ein. Ihr habt es glaube ich jetzt schon gemerkt, das Thema anpassen, individuelles Anpassen, zieht sich hier komplett durch die gesamte Software. Ich habe euch ja auch schon von dem Laden erzählt, dass ihr den Superschnelllademodus aktivieren könnt. Dann wird das Smartphone zwar ein bisschen wärmer, aber der Akku lädt schneller auf oder ihr nehmt den Standardmodus, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Dann wird das Smartphone nicht so warm, aber das Ganze dauert dann ein bisschen länger. Dann dauert es um die 25 Minuten, bis der Akku voll ist. Und jetzt möchtet ihr bestimmt was zum Thema Software allgemein hören. Denn wir haben hier Abwerk Android 12 drauf und natürlich basiert das Black Shark Smartphone auf meiner Lieblingsbenutzeroberfläche MIUI. Heißt nur etwas anders, nämlich Joy UI 13 anstatt MIUI 13. Ist aber im Großen und Ganzen nichts anderes als MIUI 13, nur etwas mehr Design für Gamer und es gibt die eine oder andere zusätzliche Gaming Einstellung sowie Gaming App. Zum Beispiel ist hier der Shark Space vorinstalliert. Das ist eure sozusagen, ja eure Gaming Zentrale. Hier könnt ihr auch einstellen, dass ihr nicht gestört werden möchtet und noch viel, viel mehr. Kurz und knapp über Joy UI 13 könnte man eigentlich ein komplett eigenes Video machen. Wenn ihr ein bisschen mehr erfahren möchtet über die Software, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann versuche ich da bitte nachzukommen. Jetzt aber zurück zur Hardware. Diese ist nämlich ausgesprochen gut, so wie ich es bei diesem Smartphone auch erwartet hatte. Als SoC ist hier der Snapdragon 8 Generation 1 verbaut mit Dual 5G Support, WiFi 6 Enhanced, Bluetooth 5.2 und hochauflösenden Codex Support natürlich auch. Außerdem ist natürlich auch NFC mit an Bord für kontaktloses Bezahlen. Weitere Hardware, ihr seid hier komplett up to date. Wir haben entweder zur Auswahl stehen 8 GB, 12 GB oder sogar 16 GB LPDDR5 RAM. Und wir haben entweder 128 GB oder 256 GB schnellen UFS 3.1 internen Speicher. Also ihr merkt, up to date, auf alle Fälle zukunftssicher, was die Hardware hier angeht, was die Performance angeht. Wir haben natürlich auch hier noch Benchmark-Werte getestet. Das möchte ich euch kurz mal zeigen. Und zwar haben wir beim Geekbench 5 Benchmark 1208 Punkte im Single-Core und 3558 Punkte im Multi-Core. Hier und da haben wir das vielleicht auch schon mal ein bisschen besser erlebt, aber das sind Bestwerte und ihr braucht aktuell nichts Besseres und auch in den nächsten 5, 6 Jahren nicht, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Dann habe ich hier auch noch den 3D-Mark-Test durchlaufen lassen. Das blende ich euch einfach mal hier so ein bisschen zwischendurch einfach mal ein, damit ihr die Zahlen seht. PC-Mark Benchmark. Dort kam ich hier mit dem Black Shark 5 Pro auf. 14.146 Punkte. Und da seht ihr wieder, dass es wirklich, hier geht alles. Ihr könnt alle Apps damit nutzen, alles ruckelfrei nutzen. Und 144 Hertz Display, dazu kommen wir jetzt auch gleich als nächstes, glaube ich. Und wir können alle Games zocken. In den höchsten Einstellungen, gar kein Problem. PUBG, Ultra HD, höchste Bildwiederholrate. Konnte ich hier ohne Ruckler, ohne alles problemlos zocken. Bei Genshin Impact ebenfalls. Und so weiter und so fort. Alle Gamer werden glücklich sein und alle, die gerne einfach alle Apps nutzen wollen, beziehungsweise alle, die gerne zukunftssicher sind, werden hier mit diesem Smartphone ebenfalls glücklich sein. All das wird auch noch von einem hervorragenden 6,67 Zoll großen 10-Bit OLED Display mit HDR10 Plus abgerundet. Welches auch übrigens wieder druckempfindlich ist und diese Magic Press Technology nutzt. Sehr interessant für Gamer unter euch. Wir haben hiermit zwar nur ein Full HD Plus Display, das reicht aber vollkommen aus bei der Größe. Alles wird schön scharf dargestellt und auch schön hell, dank der 1300 Nits in der Spitze. Die Farben werden sehr gut wiedergegeben und mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz habt ihr dann das Beste, was Smartphone Displays euch gerade bieten können. Dazu gesellt sich auch noch eine 720 Hz Abtastrate. Hier haben die meisten Smartphone Displays gerade mal die Hälfte. Und fürs reaktionsschnelle Zocken sind die 720 Hz sehr interessant. Ein flaches, schönes Display mit symmetrischen Rändern und einem kleinen Punchhole mittig bietet uns das Black Shark 5 Pro. Die Zeiten, wo Gaming-Smartphones nicht Kamera konnten, bzw. keine Fotos und Videos machen konnten, sind hiermit vorbei. Black Shark hat nämlich auch an die Kameras gedacht. Eine 108 Megapixel Hauptkamera, eine 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, eine 5 Megapixel Makrokamera und eine 16 Megapixel Frontkamera sind hier verbaut. Ich war positiv überrascht von der Ultraweitwinkelkamera. Okay, ich habe mir schon vorgestellt, 13 Megapixel kann nicht allzu schlecht sein, aber auch farblich ist das gut abgestimmt zur Hauptkamera. Allgemein, wenn man gerne ein bisschen mehr aufs Bild bekommen möchte, kann man hier bei diesem Smartphone auch gerne mal die Ultraweitwinkelkamera benutzen. Das ist nicht nur so ein Nebenprodukt. So Hauptsache, wir haben noch eine Kamera, nehmen wir nochmal irgendeine schrottige Ultraweitwinkelkamera. Das passt, die ist okay. Wenn wir uns dann die Hauptkamera angucken, das Ganze gefällt mir natürlich nochmal ein bisschen besser. Wir können da auch digital heranzoomen, bis zu 5-fach. Aber ihr solltet maximal 2-fach nutzen. Wenn wir dann Menschen mit der Hauptkamera fotografieren, sehen wir erst, wie schön scharf die Aufnahmen sind. Farblich schön naturgetreu und Details sind ebenfalls sehr gut hier vorhanden. Mit der Selfie-Kamera ist die Hautfarbe etwas blasser, aber ganz ehrlich, die blassere Hautfarbe ist eher meine als die bräunliche hier bei der Hauptkamera. Also die Selfie-Kamera ist ebenfalls gut und detailgetreu. Auch der Dynamikumfang ist hier gar nicht mal so von schlechten Eltern sozusagen. Denn auch wenn ich gegen die Sonne fotografiert habe, im Hintergrund ist die Sonne oben. Trotzdem kann man die Wolken noch gut erkennen und es ist nicht alles komplett überbelichtet. Und ich als Person bin trotzdem noch hell genug, dass man mich auch erkennt. Den Portrait-Modus gibt es hier natürlich auch. Der schneidet Menschen sehr gut aus, ohne großartige Fehler. Zumindest beim Körper und auch beim Gesicht. Hier bei den Fingern, ja, da tun sich die Kameras manchmal etwas schwerer. Wenn man dann auch noch auf den richtigen Winkel achtet und von wo die Sonne kommt, dann guckt mal. Dann können da richtig coole Fotos bei rumkommen. Trotzdem, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob die Lichtverhältnisse sehr gut sind. Ist das die Lichtverhältnisse schwächer? Im Nachtmodus beispielsweise, da ist die Kamera jetzt nicht super top. Da gibt es bessere Smartphones schon, die das können. Aber trotzdem, bei guten Lichtverhältnissen und dafür, dass es an sich ein Gaming-Smartphone ist oder alles miteinander gut vereinen möchte. Ich finde, die Kameras haben sie jetzt nicht komplett auf jeden Fall vernachlässigt. Und man kann diese Kamera auch gerne in Urlaub mitnehmen und da auch die Urlaubsfotos mitschießen. Trotz starken Prozessors und eigentlich auch Hauptkamera kann man hier nur maximal 4K 60fps Videos aufnehmen. Reicht mir aber vollkommen aus. Ich brauche keine 8K Videos. Und die Stabilisierung ist hier gut. Das Bild ist ausgesprochen gut, wie ich hier persönlich einfach mal so finde. Und ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal, wie die internen Mikrofone so klingen. Denn ich habe hier ein Video aufgenommen mit der Frontkamera und mit der Hauptkamera. Zunächst zeige ich euch die Frontkamera, weil da erzähle ich euch dann, mit welcher Auflösung ihr mit der Selfie-Kamera Videos aufnehmen könnt. Eine Stabilisierung ist da leider Gottes nicht so vorhanden. Und mit der Frontkamera kann man maximal nur in Full-HD-Qualität aufnehmen. Und ihr hört gerade das interne Mikrofon, wie das so klingt, die Mikrofone. Und mit der Hauptkamera, wie viel schafft man denn da? Testen wir mal aus. Mit der Hauptkamera schafft man maximal 4K 60fps. Mal gucken, wie das so aussieht und wie die Stabilisierung so ist. Nachtaufnahmen habe ich schon erwähnt, aber wir haben auch noch hier eine Makrokamera, eine 5 Megapixel. Und Nachtaufnahmen sowie auch die Makroaufnahmen sind okay, hauen einen aber nicht um. Zusammenfassend kann ich das neue Black Shark 5 Pro empfehlen, auch wenn ihr gar kein Gaming-Smartphone haben wollt. Wahrscheinlich werdet ihr aber mit diesem Smartphone noch zu Mobile-Gamern. Denn die Schultertasten sind mega cool. Ihr seid damit automatisch besser bei jedem Game, weil sonst habt ihr ja wahrscheinlich keine Schultertasten. Dann der Vibrationsmotor, der hier drin ist, der ist auch noch sehr gut. Und wir haben hier das sogenannte Sandwich VC. Das ist das neue Liquid-Cooling-System von Black Shark. Und das hat bisher gute Arbeit geleistet in den letzten Wochen, obwohl das Smartphone jetzt nicht extrem heiß ist. Wir kennen das ja, wenn wir ein teures Smartphone haben mit viel Performance oder auch ein günstiges Smartphone mit viel Performance, dann wird das ja ganz gerne mal ein bisschen zu heiß. Vor allem hier auch beim Snapdragon 8 Generation 1. Hier passt es. Bisher sind mir jetzt nicht die Finger abgebrannt auf jeden Fall. Es scheint gute Arbeit zu leisten als Liquid-Cooling-System. Ansonsten, was noch viel, viel wichtiger ist. Wir haben hier ja Top-Hardware drin. Das heißt, ihr seid up-to-date bzw. eben zukunftssicher. Wir können aber auch mit diesem Smartphone Fotos schießen. Videos sehen auch ganz gut aus. Das, was die ein oder anderen stören wird, ist höchstwahrscheinlich die Dicke und auch das Gewicht. Mich persönlich stört es jetzt nicht, weil ich das gewohnt bin. Und aber auch, weil meistens die richtig guten Smartphones, die viel verbaut haben, leider Gott eben auch viel wiegen. Aber jetzt bleibt mir nichts weiter mehr übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video hier interessant fandet und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.